Ich esse mit Gabel und Löffel. So, gut, okay. Soll ich auch schon mal die Forelle ein bisschen zerschneiden? Okay. Und mehr Rettich? Kann ich auf den Teller tun? Ja. Okay, mit was möchtest du denn anfangen? Erstmal damit. Okay, dann gebe ich dir hier so ein kleines. Guten. Mit der Gabel esse ich Speisen, die die Assistenz gut aufspießen kann. Wenn meine fremden Hände mir das Essen mit einer Gabel eingeben, müssen sie darauf achten, dass die Speisen richtig aufgespießt sind. So. Okay. 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 Ah, warte ein bisschen. Jetzt gebe ich dir jetzt mit einem Löffel. Okay. Das fällt mir sonst auseinander. Oh Gott, wann ist es so viel mehr Rettich? Wenn die Speise nicht zum Aufspießen geeignet ist, gibt man sie mir am besten mit meinem Löffel. Ansonsten könnte das Essen von der Gabel fallen und ich steche mich an dieser. Ja. Ja. Hm. Ja. 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 Ich unterhalte mich beim Essen nicht mit meiner Assistenz, da ich mich dabei sehr konzentrieren muss, damit ich mich nicht verschlucke. Ja, schmeckt gut. Sehr gut. Manchmal beiße ich mich in die Zunge oder in die Backe, wenn ich abgelenkt bin. Oft denke ich beim Essen über verschiedene Dinge, die mich beschäftigen nach. Mir ist es sehr wichtig, dass meine fremden Hände bei der Essenseingabe sich nur auf mich konzentrieren und nicht nebenbei andere Dinge machen. Ich mag es, wenn die Assistenz mit meinem Essenstempo mithalten kann. So muss ich keine ungewollten Kaupausen einlegen. Dadurch sinkt die Verschluckungsgefahr enorm. So muss ich mich auf die Backe machen. Das war's. 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 Das war's für heute. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay, gut.